eigentlich hätte man erwarten können dass der markt heute nach dem feiertag gestern in den vereinigten staaten noch weiterhin ein bisschen eine ruhige kugel schiebt warum das ganze wir haben es dezidiert angeguckt im wochenausblick ich werde den beitrag am ende dieses videos verlinken also ihr werdet das sehen in der endcard schaut euch das gerne an was da diese woche noch alles auf dem plan steht darunter ist aber auf jeden fall auch nvidia und die sind im moment eher auf der abwärtsseite unterwegs das ist interessant denn was ist das für eine erwartungshaltung die sind doch erst morgen abend dran knapp 80 prozent der im s&p 500 notierten unternehmen haben bereits unternehmensdaten vermeldet 80 prozent von denen die vermeldet haben haben die erwartung der gewinne oder die gewinnerwartung sogar überschritten ahnt man hier was doofes was böses oder ist das einfach nur die schnelle pause das einmal anlauf nehmen noch mal vor dem nächsten run na das werden wir dann wohl sehen wie gesagt der hinweis auf das video wo ich das ja insbesondere als thema gemacht hatte so schauen wir mal an wie es denn aktuell aussieht der gegenwärtige preisverlauf sieht eher etwas enttäuschend aus wir gehen doch deutlich runter die heutige tageskerze nach der gestrigen die gestrige ist natürlich hier bei den futures nahezu unbewegt gewesen klar die börse war zu da war also nichts zu holen heute also jetzt eigentlich die fortsetzung aus dem was wir am freitag gesehen haben also weiterhin relativ deutliche und starke abverkäufe die wir da sehen es scheint ein bisschen so als ob die marktteilnehmer lust und laune verloren haben naja gut wollen wir mal hoffen dass das nicht für immer ist aktuell zumindest mal ist das erst mal die abwärts richtung wie sollte man jetzt vorgehen als marktteilnehmer muss man schon in panik geraten nee noch ist alles in ordnung selbst jetzt ist ja diese abwärtsbewegung im größeren bild immer noch so halbwegs korrektiv zu werden also die die bewegungsgrößen sind alle noch nicht wirklich kritisch als es ist durchaus denkbar dass das so halbwegs noch korrektiv hier zählt insofern noch kein wirkliches drama es kann allerdings auch mehr daraus werden das ist nicht ausgeschlossen insbesondere wenn man übergeordnet irgendwie den eindruck nicht los wird und dass dieser mögliche fünfwelle jetzt so halbwegs zu ende ist und die marktteilnehmer sagen so jetzt ist das ding durch jetzt brauchen wir eine korrektur in die mitte rein wenn wir uns aber das größere bild angucken hat man den eindruck naja aber auch das bild von hier unten von oktober letzten jahres bis zu dem hoch was wir vor ein paar tagen noch hatten ist ja auch noch nicht konsolidiert also irgendwie hat man den eindruck da ist durchaus noch mehr drin an korrekturbewegung also wir müssen vielleicht wirklich mit mehr rechnen wenn es wirklich so käme ich will jetzt hier im indexupdate am nachmittag nicht so sehr auf das große bild eingehen da haben wir andere formate wo das sinnvoller möglich ist aber ich denke mal wir sollten nicht ganz außer acht lassen dass auch diese etwas größeren abwärts szenarien hier nicht ganz vom tisch sind also aufpassen bei der wahl der richtung für heute nachmittag scheint die vorläufig allerdings erst mal abwärts gerichtet zu sein wir sehen hier im fünf minuten chart der ja für viele intraday händler besonders relevant ist dass wir hier wenn es eine korrektive bewegung nach oben gäbe weiterhin die abwärts richtung noch mal fahren können denn aktuell ist es einfach so dass eigentlich die starken bewegungsrichtungen abwärts die wackeligen nach oben stark abwärts dreiwellig nach oben das teilstück hier ok touché das war jetzt ein bisschen was anderes bisher allerdings dürfen wir nicht vergessen das war im heutigen vormittagshandel da waren ja amerikaner eigentlich noch gar nicht mit dabei da wurde das schon so ein bisschen vorweggenommen dann hat man das wieder ausgeglichen auf das niveau was wir am feiertag oder in der nacht gestern nacht noch hatten so muss man sagen und jetzt als die amerikaner mit dazugekommen sind haben sie gesagt nö nö das gefällt uns eigentlich ganz gut lass uns mal die abwärts richtung weiterfahren und short scheint also angesagt zu sein denkt dran noch ist es so wenn es korrektiv nach oben geht dann bereitet euch auf weiterfallende notierung vor nur wenn es mal wieder einen starken anstieg gibt das fände ich dann klasse haben wir eine realistische chance für nach oben theoretisch könnte das so ähnlich aussehen wie das was wir hier hatten nur das war wie gesagt ja noch bevor die amerikaner dazugekommen sind also alles noch feiertagsmäßig amerikanischerseits zumindest mal in ruhe das allerdings hat normalerweise eigentlich das potenzial dann das was wir vorne haben da hinten nochmal zu bekommen theoretisch haben wir das sogar gesehen aber besonders gut zu handeln war das natürlich trotzdem nicht trotz alledem wenn wir sowas hier vorne irgendwann dann doch nochmal wieder bekommen sind das sehr günstige und sehr praktische einstiege für die long seite dann entweder auf dem zwischenhoch oder wenn es hier unterstützung also so umkehr kerzen gibt so ähnlich wie hier jetzt zum beispiel seht das ist eine umkehr kerze gewesen wer also sowas hier sieht und dann sagt naja jetzt haben wir hier vorne eine entfernung gehabt das ging also von diesem tief ausgehen bis zu diesem hoch das waren hier 85 punkte naja ob das ganze 85 punkte waren es nichts waren nur 77 punkte aber letztlich ist das mehr oder weniger kann man sagen eine 1 zu 1 korrelation und wer ein bisschen mit der charttechnik vertraut ist hätte auch nicht bis dahin gemessen sondern natürlich bis zu diesem hoch das waren 71 sind 77 warum so naja weil das halt sehr nach einer seitwärts korrektur aussieht die dann hinten also die seitwärts korrektur alleine ist quasi der teil hier den wir da haben sozusagen mit dem überschießen nochmal das heißt eine starke bewegung aufwärts korrektiver bewegungsapparat nach unten und anschließend nochmal die bewegung nach oben so in etwa konnte das aussehen wer das da gesehen hat der hat vielleicht schon eine ganz gute vorlage wie das hier hinten aussehen kann das hier was ich jetzt hier gezeichnet habe ist keine ankündigung dass das so aussehen wird das weiß ich nehme ich genauso wenig wie alle anderen menschen auf der welt auch aber das ist für mich ein zeichen wenn es denn so aussieht dass ich dann zumindest mal zwischenzeitlich die long seite mal wenigstens wieder spielen kann für einen zwischeninterims long wie man so schön sagen will allerdings wehe dem der markt eiert nur nach oben dreiwellig wäre die alternative oder eben mehrfach mit gegenbewegungen die sich überschneiden dann muss ich ganz klar sagen sieht das ganze alles andere als attraktiv aus gibt es denn irgendwelche ziele die wenigstens im nahen sehen können also eine ich denke mal nicht unrelevante zielhöhe oder irrelevante zielhöhe ist ungefähr bei 216 wer es ausmachen will in seinem markt der kann gucken 31 januar am abend oder das zwischenhoch was wir am 28 dezember hatten das waren ist das wirklich so weit auseinander 28 dezember ja tatsächlich also ein monat dazwischen also dieses hoch von ende des jahres oder dieses tief von ende januar die beiden bilden sicherlich so das nächste größere ziel ein kleineres ziel wäre sicherlich die projektion die können wir auch noch mal schnell messen also da messen wir so den ersten teil der bewegung und dann den zweiten das läge schon deutlich höher also das wäre dann schon ungefähr 17.446 wenn ich es genau nehme auf dem future kurs wenn ihr das jetzt auf irgendeinem anderen kontrakt seht einige handeln ja etwas anderes macht ihr mit zeigefinger daumen diese strecke legt die hier an dann habt ihr da so die ersten ziele also vermutung verdacht sozusagen dass wir irgendwo hier unten auf den schwarzen linien irgendwo in diesem bereich eine unterstützung haben da können wir noch den fibo mit reinnehmen zumindest von diesen letzten stärkeren fünf wellern und dann sehen wir die 38 20er marke ist eine ganz typische zielmarke da liegt die 1 zu 1 projektion dieser ersten bewegung die nächste zielmarke ist die 50er marke da liegen die genannten zwischen tiefs und hochs also wir haben durchaus im groben in diesem bereich und wahrscheinlich mit ein bisschen fokus in dieser zone eine chance in diesen zonen hier ich mache es noch mal groß damit ist besser sehen könnt aber ihr könnt es ja selber herleiten ist jetzt keine große mathematik dahinter vereinfacht machte das noch mal darunter kommt auf das erste niveau und diese beiden niveaus hier für das hintere das sind wohl die marken wo am ehesten viele marktteilnehmer sagen könnten ich muss es bewusst im konjunktiv sagen ach komm lass gut sein dann wäre es aber schick wenn dort dann auch irgendwie ein umkehrzeichen ist das könnte zum beispiel so wie hier ein hammer seht ihr diesen hammer hier das ist ein ganz klar hier sind auch welche wenn ihr sowas bekommt in diesen zonen dann wäre das ebenfalls schon mal ein early bird einstieg wert dass man sagt ach komm das versuche ich schon mal da gehe ich mal mit einem übersichtlichen risiko schon mal in die long richtung rein das wäre denkbar bitte bitte wartet aber dass der markt ein solches umkehrsignal gibt und lasst es euch triggern ich weiß häufig sagt man da gehe ich einfach so rein es gibt so unendlich viele beispiele wo der markt einfach gesagt hat ja unterstützung kann man machen oder nicht interessiert mich nicht ja da gehe ich einfach durch und dann wird es auf einmal teuer das müsst ihr euch überlegen das hängt natürlich auch davon ab welche kontrakte ihr handelt ob ihr irgendwas habt wo ihr schneller reagieren wollt oder müsst weil ihr einen höheren hebel habt beispielsweise dann seid ihr da ja vielleicht etwas intensiver unterwegs oder ob ihr sagt ach da sitze ich auf einer pobacke aus das ist doch kein problem hier na gut also vorläufig ist es scheinbar erstmal die abwärts richtung mal sehen was sich da noch ergibt wir gucken mal auf den s&p da sieht das bild grundsätzlich natürlich ähnliche aus was jetzt die starken bewegungen nach unten angeht hier hatten wir ebenfalls schon mal so eine zielzone eingezeichnet eine liegt bei 4850 ebenfalls besagte hochs und tiefs hier als entsprechende marke vielleicht im hinterkopf behalten im kürzeren natürlich auch noch mal als wenn ihr eine gegenwehr habt im sinne von schubmäßig hoch und wackelig runter dann habt ihr da die möglichkeit vielleicht schon mal so ein zwischenlong zu installieren und vielleicht damit dabei zu sein aber so richtig bock auf lang lang sei schon auf long hat man aktuell nicht denn genau wie ich hier mal das vorgeschlagen hatte genau das passiert im moment noch nicht im gegenteil solche roten langen kerzen und wie gesagt die sind eigentlich hintereinander dass da so eine grüne unterbrechung ist das liegt eher am feiertag hier okay das lässt ein bisschen sorge aufkommen kann ich mir vorstellen dass der eine oder andere so denkt na gut also wollen wir mal gucken wie es beim dow jones aussieht beim dow jones ist es noch mit am besten und wir hatten ja schon mehrmals darauf hingewiesen dass der natürlich auch von der zinsfrage nicht ganz so sensibel betroffen ist und auch von der nvidia frage nicht ganz so sehr betroffen ist ich mache mal meine hässliche skizze weg aber dass ihr den markt noch mal so seht also es ist durchaus möglich dass der kurs irgendwo in dieser zone jetzt hier den dreh bekommt wer jetzt hier schon die hoff das kann man so machen aber ist nicht was ich wollte da muss ich auf die richtigen knöpfe drücken dann wird das auch besser also das wäre von der zone her schon mal richtig das hier ist interessant wir haben jetzt gerade eben einen born bar bekommen den ich gleich auch nochmal für all diejenigen die born for trading sind mit den exakten marken dann entsprechend angebe aber er hat zumindest mal so ein bisschen den eindruck als ob man hier eine umkehr kerze hat vielleicht ist der tale ein bisschen kurz dafür trotz alledem besonders mutige werden und bullisch bullen anhänger werden beim dow jones möglicherweise diese marke oder eben dieses zwischenhoch als long einstiegstrigger wahrnehmen wollen also das wäre etwas was man vielleicht auf dem plan haben kann also ihr seht der dow jones der ist durchaus noch der bullischste von all den im übergeordneten blick kein wunder denn der tickt ja auch ein klein bisschen anders gucken wir auch hier mal im 5 minuten chart da wäre jetzt sogar fast noch schöner wenn wir jetzt erst den anstieg noch kriegen danach eine korrektive bewegung dann hätten wir nämlich eine erste hoch eine pause dritte hoch vierte welle runter fünfte welle hoch ich schiebe das mal so zur seite dann habt ihr nämlich genau den 5 welle hier und dann macht er seine etwas größere pause und dann hätten wir sogar im 5 minuten chart eine aufwärts idee die sich dann ja mit dem 4 stunden chart und den entsprechenden verlaufsmustern sogar passend verbinden würde also der dow jones die die blue chips sozusagen die machen einen besonders hübschen eindruck aktuell da muss ich sagen da kann man doch vielleicht noch was draus machen allerdings lasst euch das ganze triggern lasst euch das zeigen dass die anderen marktteilnehmer lust darauf haben seid nicht so ja so intensiv drauf dass ihr es sagt ist mir egal mache ich einfach trotzdem denn noch ist es eine abwärtsrichtung und s&p und nasdaq haben hier im moment zumindest mal eine relativ starke idee allerdings böten sich hier durchaus schöne longs an wie gesagt die findet ihr jetzt schon fast selber und wie gesagt für die die im born for trading sind da kriegt ihr gleich noch vorschläge von mir wie wir das von der umsetzung im fine tuning dann noch mal uns angucken wollen aber ich denke mal der grundgedanke dieser idee der ist klar da kommt man dann auch dahinter also ich denke das ist jetzt kein ganz großes problem das entsprechend nachzuvollziehen so dann haben wir noch den dax gucken wir mal auf den dax future aktuell wie der aussieht und was interessant war wir hatten am freitag ja eine umkehr kerze ein shooting star im future ich gucke mal ganz kurz ich weiß gar nicht beim index war es glaube ich nicht so sehr beim index sah das mehr so aus wie ein dodgy also dodgy das ist so der irre mann auf japanisch der verrückte so ein bisschen oder der der trottel irgendwie sowas in der art kann man fast sagen also wo man eben nicht genau was erkennen kann der future allerdings der hat ein relativ klares umkehrsignal geliefert und deutet damit an könnte es nicht noch ein bisschen nach unten gehen ich habe hier im vier stunden chart schon mal ein bisschen eine zeichnung reingesetzt seht ihr das wenn das jetzt weiterhin nach unten geht aber möglichst korrektiv damals hatte ich es noch hier unten gezeichnet sind wir aber höher gelaufen dann wäre sogar auch hier die long seite vielleicht noch mal interessant ich mache mal das hässliche weg und dann gucken wir mal ist das korrektiv also im verhältnis zur aufwärtsbewegung ist die abwärtsbewegung definitiv schwächer also ich finde es echt eine überlegung hier auf die long seite zu gehen aber wenn ich im 5 minuten chart mir das angucke vom tiefsten punkt also ihr seht das hier dieser tiefste punkt das ist quasi hier dieser tiefste punkt ist das was wir hier haben noch nicht so doll es sieht noch korrektiv aus weil die gegenbewegung hier und da die sind überschneidend wenn noch die abwärtsseite die starke ist ich würde mir eigentlich fast wünschen kommt dann geht doch noch mal ein bisschen tiefer eier hier mal ein bisschen wackelig hoch dann kann man sogar noch mal einen kleinen short hier installieren denn noch ist diese abwärtsbewegung schub runter wackelig hoch schub runter hier kann man es nicht so gut erkennen aber immer noch relativ stark abwärtsseite hier wieder schübe runter also noch mal einmal so ein bisschen die fortsetzung fände ich klasse und wenn er dann irgendwo hier eine schöne umkehr kerze macht zum beispiel vier stunden chart oder irgendwie stunden chart sowas in der richtung oder aber in fünf minuten chart dann etwas was schub hoch wackelig runter aussieht dann könnte ich mir vorstellen wird der ein oder andere mindestens versucht sein die long richtung zu fliegen und das ganze dann quasi in übereinstimmung mit dem dow jones damit hätte man dann wahrscheinlich dann auch diesen shooting star dann gleich wieder rausgenommen also das ist die frage wer wird sich von den beiden durchsetzen wer shooting stars handelt per se und ganz alleine stop läge da oben drüber in der hoffnung dass der kurs eben runter geht die abwärts zielseite wäre eigentlich irgendwo in diesem bereich kann sogar noch ein bisschen tiefer sein also ihr seht der shooting star alleine hat eigentlich ein entry auf diesem niveau da sind wir noch ganz dicht dran da kann man noch mal eventuell was machen sein stop auf diesem niveau und sein ungefähres ziel irgendwo in der nähe nämlich im sinne von starke aufwärtsbewegung hier eine seitwärts korrektur die wir hier erwarten würden quasi und das ziel dann ungefähr hier hätte welches dieser beiden szenarien kommt szenarien kommt ich weiß es auch nicht ich weiß dass viele jetzt verwirrt sind und sagen eben sprichst du noch von long jetzt hast du da oben ein short szenario tatsächlich tagesbasis finde ich es ganz klar short szenarisch wenn ich das mal so sagen kann kann man durchaus handeln das ist das risiko das ist die gewinnseite wer will kann ja trotzdem falls dieses szenario noch passiert dieses hier als ein interim long nochmal versuchen im zweifelsfall beide situationen sogar unabhängig voneinander und kann sagen naja gut eins von den beiden wird ja eine ganz gute chance haben ich verliere ja immer deutlich weniger als ich gewinne wenn ich verliere weil ich ja bessere chance risiko verhältnisse habe ja ich verliere halt bei einem aber der andere wird halt ein gewinn wenn das so aufgeht das wissen wir natürlich nicht sicher aber die chancen dafür scheinen ja nicht ganz schlecht zu sein das heißt aus der summe dieser beiden trades da lässt sich immer noch ein kleiner gewinn feiern denkt noch dran diese woche wird nochmal heftig deshalb schaut euch gerne das in der endcard gleich bezeichnete video nochmal an zum wochenausblick es wird das untere in der endcard sein wo wir auch relevante ereignisse in dieser woche und was wir daraus erwarten können nochmal hinweisen das ist sicherlich nicht ganz uninteressant schaut euch das gerne an wer wer noch intraday mehr sehen will und mehr live mit dabei sein will der hat heute abend um 18.30 die chance mit dabei zu sein ich gucke mal dass ich das auch in der endcard verlinke das ist dann zumindest mal die ankündigung für heute abend da könnt ihr dann dabei sein das wird dann ein bisschen so live trading mäßig gehalten im 5 minuten chart also nicht das übergeordnete sondern um mal zu gucken wie wir vielleicht die situation vielleicht ja sogar die im dax hier angedeutete dann vielleicht ins tun bringen also wenn ihr wollt schaut euch beide beiträge an ich würde mich auf jeden fall freuen in diesem sinne euch jetzt erstmal alles gute liebe grüße und bis dann ciao ciao so so so